Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 61 Cent, wieder ein bisschen gestiegen hier. 2% ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen und Bitcoin ist gerade auch ordentlich wieder im Plus, denn wir haben hier 5% Anstieg bei Bitcoin, da sind wir bei 64.400 ungefähr. Also die meisten Coins haben hier wieder definitiv positiv reagiert und ziehen den ganzen Markt mit nach oben. Sehr, sehr schön zu sehen. Und dafür schauen wir auch einmal rein, denn der erste Tweet für heute kommt von Stuart Altady, denn es geht hier um einen weiteren Fall vor Gericht, aber keine Sorge, es geht nicht um XRP, es geht nicht um Ripple, aber die Fälle sind dann doch schon ein bisschen verwandt, denn in dem Fall geht es hier um die Klage SEC vs. Kraken. Kraken ist eine größere Kryptobörse, also auf jeden Fall Top 10 und ich glaube sogar Top 5, wenn ich mich richtig erinnere. Und zumindest haben sie jetzt hier vor Gericht ein paar neue Erkenntnisse gewinnen können. Und diese Entscheidungen, die hier vor Gericht jetzt rausgekommen sind, decken sich ziemlich genau mit unseren Erfahrungen, die wir im XRP-Fall gemacht haben. Denn, dass jetzt komplett bewiesen wurde, dass es sich bei Tokens generell nicht um eine Security handelt. Also in dem Fall hat die SEC jetzt tatsächlich komplett auf diesem Feld verloren. Grundsätzlich kann man schon sagen, Token sind keine Securities, also keine Aktien. Das Ganze war ja bei Ripple ein großes kontroverses Thema, wo es eben darum ging, ob XRP eine Aktie ist quasi von Ripple. Ist es nicht, das wurde jetzt vor Gericht bewiesen. Und in dem Fall handelt es sich bei anderen Kryptowährungen, bis das Gegenteil bewiesen wurde natürlich, auch eben nicht um Aktien von der jeweiligen Firma. Das Ganze war zum Beispiel bei Cardano ein großes Thema. Das Ganze war zum Beispiel auch bei Solana ein großes Thema. Und das konnte man jetzt dort eben hauptsächlich abwenden. Natürlich heißt das nicht, dass jetzt diese einzelnen Firmen, wie eben die Solana Foundation oder die Cardano Foundation, nicht trotzdem noch verklagt werden können. Das steht immer im Raum, aber das kann quasi immer zu jeder Zeit passieren. Aber auf der anderen Seite wurde eben dieses Narrativ, beziehungsweise diese Theorie quasi jetzt permanent widerlegt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das nochmal Auswirkungen darauf haben wird, ob die SEC Berufung einlegt im Fall von Ripple. Aber selbst wenn, dann wird Ripple da wahrscheinlich nur noch besser bei rauskommen am Ende. Also ich denke, Ripple hat das Bestmögliche rausgeholt und auch andere Kryptofirmen, und in dem Fall wie zum Beispiel Kraken als Kryptobörse, performen einfach sehr, sehr gut. Und ich denke einfach, das ist ein guter Beweis dafür, ein gutes Zeichen dafür, um zu sehen, dass sich Krypto wirklich durchsetzt, beziehungsweise dass eben Krypto hier ist, um zu bleiben. Und wer auch permanent auf der Seite bleiben wird bei Ripple, ist die BBVA, beziehungsweise die DZ-Bank, also Volksbank quasi. Und in dem Fall hat Ripple das Ganze jetzt hier auf deren Seite noch einmal hinzugefügt, nachdem sie auch Mitako hinzugefügt haben. Also Mitako ist ja die Firma, die sie aufgekauft haben, in dem Bereich eine Firma, die quasi für die Asset-Verwaltung und für das Managen von Kryptowährungen allgemein zuständig ist. Und in dem Fall wurde das Ganze jetzt eben hier nochmal als Customer quasi hinzugefügt. Ich denke, das widerlegt dann auch den Punkt von den meisten Leuten, die immer sagen, ah ja, die Banken haben gar kein Interesse an Ripple, dem RippleNet, XRP und so weiter. Ich glaube, das sieht man hier ganz, ganz offensichtlich, dass dem nicht der Fall ist. Und gerade auch Volksbank, die geben ja nicht jedem der Hergelaufenen einfach die Berechtigung, ihren Namen auf die Webseite zu packen. Also das darf man auch nicht vergessen, die Firmen müssen ja auch sehr auf ihr Image achten. Und wenn sie jetzt denken würden, dass Ripple mit dem Namen da irgendwie Unsinn betreibt, dann würden sie natürlich auch nicht diese Berechtigung geben, das Ganze als Partner irgendwo zu listen. Von daher denke ich, ist das Ganze schon sehr, sehr klar, dass Ripple da einen professionellen Job in dem Bereich macht und dass offensichtlich all diese Banken ein großes Interesse haben, mit Ripple zusammenzuarbeiten. Und das nicht so ist, als wenn Ripple mit denen einmal geredet hat und dann sagen, oh ja, das sind unsere Kunden, mit denen haben wir jetzt schon ganz viel gearbeitet, obwohl dem eben nicht der Fall ist. Dann geht es weiter und zwar von Smoked, denn er hat hier einen ziemlich schönen Artikel, beziehungsweise in dem Fall sogar ein Dokument herausgesucht, in dem es darum geht, wie sehr eigentlich das RippleNet und XRP zusammen verflochten sind. Denn es gibt ja immer mal wieder einige Leute, die sagen, ja, Ripple, schön und gut, die ganzen Partnerschaften schön und gut, aber XRP wird nicht benötigt, XRP wird da gar nicht in Zukunft irgendwie verwendet werden und, und, und. Und ich glaube, mit diesem Artikel und diesem Eintrag hier kann man schön das Gegenteil beweisen, denn es ist offensichtlich, und das wurde auch immer von Ripple klar kommuniziert, dass das RippleNet tatsächlich komplett abhängig quasi ist von XRP. Aber in dem Fall eben in einem positiven Sinne abhängig und jetzt nicht so dieses, okay, XRP ist morgen weg, dann ist Ripple auch pleite und was so rummer, sondern natürlich in dem Fall nutzen sie XRP und das Commitment geht immer weiter, XRP immer tiefer im aktuellen Finanzsystem zu verwurzeln. In dem Fall koexistiert Ripple mit XRP, so wie sie es hier oben schreiben. Also finde ich, kann man ziemlich schön hier nachlesen, dass eben XRP sehr tief verwurzelt ist und Ripple eben sogar damals gesagt hat, dass sie XRP viel weiter pushen, dass sie XRP auf eine deutlich größere Plattform bringen wollen und, und, und. Und ich glaube einfach, das sagt man nicht eben so daher, sondern das ist auch ein ganz klares Commitment, denn man darf nicht vergessen, sie gehen damit logischerweise auch das Risiko ein, dass irgendwann eben so eine SEC daherkommt und sagt, oh ja, XRP, das ist ja alles hier eine Security, also eine Aktie von euch, weil XRP ja quasi immer steigt, wenn ihr auch eben was Positives dazu berichten habt und je größer Ripple wird und desto besser auch Ripple quasi wird, desto mehr profitiert XRP davon. Das ist ja so die Theorie dahinter und in dem Fall, glaube ich, kann man das Ganze schon so stehen lassen. Kurz zwischendurch darf ich heute nochmal auf ein sehr interessantes Event hinweisen, und zwar hier von Bitflex einmal, der aktuelle Deposit-Bonus. Aktuell verdoppeln sie jede Einzahlung in der Form also 100% Deposit-Bonus, und zwar bis zu 2.000 Dollar auf die erste Einzahlung. Wichtig zu erwähnen noch ist, dass man diesen Bonus dann immer nach und nach ausgeschüttet bekommt, immer wenn man die Trading-Volumen-Meilensteine erreicht. Also in dem Fall, für alle 40.000 USDT, die man in Futures tradet, bekommt man dann 10 Dollar von diesem Deposit-Bonus. Also sollte man im besten Fall möglichst viel dann auch traden können, um entsprechend dann möglichst viel von diesem Bonus auch freizuschalten. Das Ganze geht vom 8. Juli bis zum 30. September und ist, glaube ich, so noch nie da gewesen. Das Ganze eben in Kooperation mit mir als Kanal, und das Ganze geht aber erst nach dem 8. Juli, ist aber natürlich jetzt, deswegen könnt ihr jetzt frisch mit dabei sein. Die Schritte dazu sind ganz einfach. Auf der einen Seite einfach über meinen Link unten in der Beschreibung registrieren, dann seid ihr hier eingeloggt, dann macht ihr eine Einzahlung, in der Form egal, was ihr einzahlt, also USDT oder Bitcoin oder sowas, und bekommt dann darauf, wie gesagt, 100% als Trading-Bonus, das heißt also dann das als Trading-Funds nochmal gutgeschrieben. Wie gesagt, das Maximum ist in dem Fall 2.000 Dollar, aber ich glaube, damit ist man dann auch schon ganz gut bedient. Hier unten kann man das dann nochmal nachvollziehen, wie viel man davon bekommen hat, und bei weiteren Fragen ist natürlich das FAQ hier nochmal in der Beschreibung. Von daher geht jetzt unten in die Beschreibung und sichert euch mit dem Code ANARCHIST diesen Trading-Bonus, beziehungsweise Deposit-Bonus, und unterstützt sogar zusätzlich noch diesen Kanal hier komplett kostenlos. Vielen Dank, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Dann geht's weiter, und zwar von Gold, denn wir haben hier einmal den aktuellen Gold-Chart, und den wollte ich auch nochmal ganz klar mit hervorheben, denn ich glaube, wir sehen hier alle, was der Goldpreis innerhalb der letzten paar Jahre durchaus imstande war zu leisten. Das haben wir dann hier einmal damals 1970 angefangen, ab da wurde der Goldpreis dann erstmalig getrackt, dann ging es los im ersten Bullrun, von damals quasi ein paar Dollar auf dann 400, 500 Dollar so hochgegangen, dann hatte man eine gewisse Korrekturphase, dann mehrere Jahre quasi nur nach oben, und dann jetzt wieder eine kleine Korrektur, und jetzt könnte eben der dritte große Anstieg erfolgen, das ist so die Theorie, und einige Leute gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass der Preis tatsächlich bis auf 48.000 Dollar ansteigen könnte, pro Feinunze. Das ist mit Sicherheit eine sehr ordentliche und interessante Prediction, würde ich sagen, also alle Leute, die Gold halten, sind damit, glaube ich, sehr zufrieden. Wenn man jetzt auch nur, in Anführungsstrichen, eine halbe Unze hätte, oder eine Viertelunze, dann wäre der Preis mit Sicherheit trotzdem noch sehr, sehr beachtlich. Von daher glaube ich, dass da einige Leute durchaus bullisch sein könnten, wenn sie eben diesen Chart hier sehen, und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich wollte trotzdem nochmal eben hervorheben, es gibt auch eben neben XRP immer noch andere Sachen, wie zum Beispiel Edelmetalle, wo es sich auch mal lohnt, einen Blick drauf zu werfen, und wo man entsprechend auch schauen kann, wie man sein Portfolio diversifiziert. Und abseits von richtigem Gold quasi, könnte XRP tatsächlich das digitale Gold werden für die Banken. Denn wir haben hier ein paar ziemlich interessante Aussagen von hochrangigen Leuten, sowohl bei Ripple, als auch von anderen größeren Banken, die tatsächlich von eben diesem Narrativ sprechen des digitalen Golds. Also quasi Gold, das sie hin und her teleportieren können, also direkt hin und her schicken können, ohne große Verzögerung, nahtlos das Ganze transferieren können. Und da ist eben die Frage, wie kann man sowas gewährleisten? Ja, ganz klar, über Tokenisierung. Und in dem Fall könnte man diese Tokenisierung 100% über den XRP Ledger vornehmen, und könnte dann wirklich dieses Gold quasi teleportieren. Denn das Verschicken auf dem XRP Ledger ist sehr kosteneffizient, und könnte innerhalb von ein paar Sekunden dann erledigt werden. Und ja, theoretisch könnte man so viel Gold verschicken, wie man möchte. Wenn man Millionen in Gold hat, kann man die tatsächlich sehr, sehr schnell von einer Wallet auf die andere schicken. Also quasi von dem einen Ende der Welt zum anderen. Dann habe ich einen Artikel gesehen, beziehungsweise nicht mal ein Artikel, sondern einfach nur eine Aussage von jemandem auf Twitter hier. Und die fand ich tatsächlich sehr, sehr lustig. Denn, das wollte ich nochmal ein bisschen gerade rücken und gerade stellen, was da eigentlich genau immer behauptet wird und gesagt wird. Denn, der gute Levi schreibt hier, dass Ripple in Zukunft gezwungen sein könnte, den Escrow zu burnen. In dem Fall dann 50 Milliarden XRP. Gut, es sind nicht mehr ganz 50 Milliarden, es sind glaube ich eher so in Richtung 45 Milliarden. Aber, das sei mal dahingestellt, nehmen wir es mal so hin. Sagen wir mal den ganzen Escrow mit auf jeden Fall über 40 Milliarden XRP. Und in dem Fall könnte das den Preis auf 10.000 Dollar katapultieren. Das ist so die Aussage dahinter. Und, versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, dass Ripple irgendwann entweder freiwillig oder gezwungenermaßen den Escrow irgendwie burnet. Das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Genauso wie auch eine Preisprediction von 1.000 Dollar oder sogar 10.000 Dollar bei XRP im Bereich des Möglichen sind. Man sehe Bitcoin beispielsweise. Aber, und da muss man ganz klar mathematisch korrekt bleiben, ein Burnen des Escrows. In dem Fall also 50 Milliarden XRP würde den Preis in der Form nicht verändern. schon gar nicht, dass wir da auf 10.000 Dollar kommen würden. Denn, man muss ganz klar sagen, der Preis aktuell bildet sich ja durch Angebot und Nachfrage. Das wisst ihr hoffentlich alle. Aber eben nur für den Circulating Supply. Das heißt also, die ganze, in Anführungsstrichen, Inflation, also in dicken Anführungsstrichen, Inflation, die noch wartet auf den Konten von Ripple, die ist da ja gar nicht mit einberechnet. Sondern der Preis bildet sich ja aktuell nach Angebot und Nachfrage der in Umlauf befindlichen XRP. Also in dem Fall ein bisschen mehr als 50 Milliarden XRP. Und von daher würde das Verbrennen von theoretisch allen XRP den Preis wahrscheinlich nicht viel bewegen. Natürlich würde es Leute geben, die das nochmal deutlich mehr Bullish macht. Es würde auch weniger Inflation, in Anführungsstrichen, geben von Ripple. Also sie würden natürlich da nichts mehr verkaufen können, was natürlich auch Verkaufsdruck rausnehmen könnte. Also der Preis könnte davon schon profitieren. Aber es wäre nicht so, als wenn man den Escrow einfach verbrennt und dann auf einmal ist der Preis bei 100 Dollar oder bei 10.000 Dollar oder sowas, ohne dass sich irgendwas ändert. Das auf jeden Fall nicht. Und deswegen machen sich da auch zu Recht einige Leute tatsächlich sehr hier drüber lustig im Kryptospace. Und ja, deswegen fand ich auch wirklich ein bisschen wild, was hier geschrieben wird. In dem Fall hat T das Ganze auch nochmal schön zusammengefasst. Und dann schreibt Dimitri nochmal, das ist das CTU, das ist das Krypto Twitter Universe. Also das ist quasi wie das MCU. Also ja, wirklich manchmal verschwimmen die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion da auf jeden Fall sehr. Und das könnte bald in Zukunft vielleicht auch ein Ende haben, denn es gibt hier vom Dodge Designer eine Breaking News, denn er spoilert mal schon so ein bisschen und sagt dann hier tatsächlich, dass bald auch ein Dislike-Button auf Twitter kommen wird. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Das gab es damals bei YouTube ja auch, also gibt es immer noch, aber theoretisch kann man die Dislike nicht mehr sehen. Finde ich persönlich ziemlich schade. Ich finde das immer in Ordnung, wenn man quasi bei einem Video Likes und Dislike sieht. Ich wollte auch nochmal mich hier ganz herzlich bedanken bei der Community, beziehungsweise euch allen hier, einfach weil meine Videos immer so positive Like-Raten haben, also teilweise über 99% Likes und das sind dann einfach hunderte Leute, die das Ganze liken. Das hilft mir wirklich immer sehr und freut mich natürlich auch mega, wenn ich sehe, dass das Video nicht nur von vielen Leuten geguckt wird, sondern eben auch von mehreren hundert Leuten quasi gemocht wird. Von daher super cooler Move. Und wie gesagt, in Zukunft könnte Twitter eben auch so ein Dislike-Button erhalten und dann könnte man vielleicht bei so einem Artikel dann hier eher ein Dislike geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden sehen, wie es läuft. Was auch in Zukunft laufen könnte, wäre der Bitcoin-Preis. Wie gesagt, aktuell sind wir bei 64.500 ungefähr und der Bitcoin-Preis scheint nicht aufhören zu wollen, zu steigen. Und in dem Fall hätten wir hier das nächste große Ziel bei circa 69.000 Dollar, denn dort werden über 6 Milliarden Dollar an Short-Positionen liquidiert. Das ist mal eine ordentliche Summe, also 6,5 Milliarden Dollar. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall ordentlich Geld mitnehmen. Und in dem Fall ist das für große Investmentfirmen wahrscheinlich nur ein Klick, diesen Preis eben darüber zu bringen, beziehungsweise den Preis eben nach oben zu katapultieren, diese ganzen Short-Positionen zu liquidieren und dann auch vielleicht eben wieder den Preis ein bisschen einbrechen zu lassen. Natürlich, wenn man viel Kapital hat, kann man auch viel Einfluss auf den Markt ausüben. Das sollte ganz klar sein. Und in dem Fall ist das wirklich für große Investmentfirmen wahrscheinlich nur ein Klick, beziehungsweise nur eine Entscheidung. Von daher, wenn ihr mit Hebit tradet und so weiter, macht das natürlich immer nur mit Bedacht und auch solche Short-Positionen sollte man natürlich immer nur eingehen, wenn man genau weiß, was man tut. Aktuell ist es ja so, dass der August sich dem Ende neigt und wir haben hier eine schöne Übersicht darüber, wie die nächsten Monate wohl vielleicht aussehen könnten. Denn in der Vergangenheit war es häufig so, dass der September eher bearish war. Also wir sehen eigentlich fast alle September, die letzten Jahre waren auf jeden Fall immer von roten Zahlen geprägt. Aber was dann eben deutlich positiver war, war meistens dann der Oktober. Im Oktober hatten wir eigentlich nur positive Zahlen hier. Es gab einmal 2018 quasi einen Monat, einen Oktober, wo es nicht positiv war. Ansonsten waren die letzten 6, 7, 8, 9 Jahre alle sehr, sehr positiv. Und das finde ich sehr interessant, gerade auch teilweise mit 30 oder 40 Prozent Anstiegen. Also holy, der Oktober ist auf jeden Fall echt stark dabei. Deswegen ist jetzt eben die Spekulation, wird der September nochmal ein bisschen bearish werden, eher noch ein bisschen einbrechen und dann quasi der Oktober wieder richtig den Turbo zünden oder wird das Ganze vielleicht sogar im September schon positiv und der Oktober wird dann nochmal so der erweiterte Arm davon. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu denkt, ob ihr eher bullish seid oder eher bearish aktuell. Und ja, ich freue mich da mal auf eure Theorien und Spekulationen. Und dann haben wir noch einen Tweet von Vizewind. Das ist ja ein sehr renommierter Entwickler auf dem XRP Ledger und er hat auch an verschiedensten Apps schon mitgearbeitet. Und Bitstamp, auch eine sehr XRP-nahe Börse, hat jetzt eine neue App veröffentlicht beziehungsweise ein neues Update für ihre App. Und dort kann man natürlich auch verschiedenste Netzwerke hinzufügen, unter anderem eben auch das XRP-Netzwerk, also den XRP Ledger. Finde ich auf jeden Fall cool. Ist immer schön, wenn da der Support gegeben ist. Und dann gibt es aber jetzt eine etwas komische Sache, die auffällt, denn das Flair-Netzwerk ist nicht mehr verfügbar. Also wenn man Flair eingibt, findet man dort nichts. Und jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht sind sie einfach kein Fan vom Flair-Netzwerk, also haben damit einfach nichts zu tun, sind vielleicht eher XRP-Fans, aber machen nichts mit Flair. An sich, ja, guter Gedanke, kann man definitiv so haben. Nur was eben komisch ist und auffällt, ist, dass das Songbird-Netzwerk tatsächlich trotzdem verfügbar ist. Also das Testnetzwerk quasi von Flair, das auch einen Wert hat, in dem Fall eben das Songbird-Netzwerk. Das ist quasi verfügbar, das kann man dort hinzufügen, aber das richtige Netzwerk, quasi den großen Bruder, der geht nicht. Also Flair funktioniert nicht. Was dahinter steckt, keine Ahnung. Vielleicht hat man es einfach nur übersehen, quasi hat es vergessen und wird noch nachgepatcht. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber für alle Leute, die die App nutzen, das ist auf jeden Fall ein bisschen komisch aufgekommen, warum Flair da eben nicht verfügbar ist. Also kann man sich aktuell leider noch keine Hoffnung machen. Ich denke aber, wenn das jetzt hier so outgecalled wird, wird Bitstamp sich dazu bald auch äußern. Werde ich morgen dann im Video wahrscheinlich noch mal drin haben. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet, beziehungsweise hier eben ein Fun-Video. Und zwar haben wir oben von Nailf einmal Bitcoin bei 65.000. Wir sind so zurück, Jungs. Es geht wirklich nach oben. Und dann die Leute, die bei 49.000 letztens im Crash verkauft haben, die sind so, ja, hätte ich mal lieber gehalten, ne? Und dann so, ist das nice, ey. Also, ja, das ist natürlich das Spiel, ne? Und die Leute, die eben bei 49.000 verkauft haben, die haben mit Sicherheit nach bestem Gewissen gehandelt. Aber jetzt im Nachgang ist es natürlich immer leichter zu sagen, haha, ja, hätte man mal gehalten, ne? Und dieser Vogel ist wirklich Gold. Aber egal, bei welchem Preis ihr gekauft oder verkauft habt, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute, Ciao. Ciao.